Weißt du nicht, haben wir den Maschinenraum und die Kisten schon geöffnet? Ich glaube wohl, oder? So, ein bisschen einkaufen. Wir haben Items. Ich könnte mal hier ein bisschen verkaufen. Oh, ein 40 Stück. Oh, ein 50. Hier, gucken wir mal. Wir können mal ein 50 und verkaufen. Alles, wovon wir viel zu viel haben. Ein paar Phönix-Federn können weg. Phönix. Anti-Dot. Hier, gucken wir mal ein 50 weg. Das geht noch alles. Weinwasser mache ich mal ein paar weg. Oh, wir haben viel zu viele Allheilmittel. Wirklich keine Harten. Und keine Harten. Die Sachen haben wir jeweils nicht viele, deswegen behalte ich die einfach mal. Man weiß ja nie, wofür man sie braucht. Wahrscheinlich sowieso niemals, aber... Naja. Ich könnte die Sachen hier verkaufen, um einfach eine neue abholen. Wie das? Eine unendliche Geldquelle. So, äh... So, was machen wir mal hier weg. Feuerring verhindert Zaum auf Heurer. Brauche ich nicht. Kälte-Ring kann weg. Nässe-Ring kann weg. Stern-Ambulett verhindert Gift kann weg. Nachttagen verhindert Konfus kann weg. Verhindert Stumm und Blind behalte ich mal. Malstein und Tod auch. Lösen Notsituation Protoshell aus. Den machen wir jetzt mal weg. Anhalten der Protos. Anhalten der Reflekt. Bring Eno 10, deswegen behalte ich die mal. HP regenere ich mich mit jedem Schritt. Die Katzenlocke tun wir mal weg. Passt keinen Feindkontakt mehr. Zieht Feinde an. Doppel der MP zuvor. Jetzt auch... Das behalten wir mal. Wasserring kann weg. Mithrilreif. HP plus 60, den behalte ich mal. Lösen Notsituation Hast aus. Hast verfügbar. Ugi Zeugnis. Das bringt 12.500? Wow. Vielleicht gibt es auch noch den Ugi Kostümspheroid. Könnte ich mir vorstellen. Hier und die Engels Ugi sind auch weg. Wir haben ja noch 3. Wie viele waren das gewesen? Nicht Kostümpaletten, Kostümspheruiden. 3 Stück, die uns noch fehlen. Unter anderem auch einer von den mittleren. Ordnung, Inventar muss ja auch sein. Wie viel Geld haben wir mittlerweile wieder? 189.000? Boah. Mal eben, ob wir die Kisten geöffnet haben. Ich meine ja, aber ich bin mir hier nicht mehr ganz sicher. Was von da oben ich schon sehen kann. Äh, die sind alle offen. Ja. Sehr schön. Speichern. Ja, ist die Frage. Direkt zum Tempel Jomusee oder schauen wir nochmal woanders vorbei? Ich versuch's nochmal im Illuminum. Ich bin einfach bekloppt. Ich weiß. Hier kann ich nach wie vor, denke ich, mal nix mitmachen. Nein. Wer ist, um die Zuschauer zu unterhalten? Gut. Ja, dann würde ich sagen, auf nach Tempel Jomusee. Mehr können wir momentan sowieso nicht machen. Monster in Tempel Jomusee. Die Apparatisten wurden mit den Monstern nicht fertig und rufen um Hilfe. Ignorieren wir Brüderchen und gehen helfen. Super Anführer. Die disfoller Autorität. Ist Gippel gone too? Uh-huh. Die So, mach mal einen guten Preis aus, Kumpelchen. Ich kümmere mich mal um den Rest. Monsterladen im Tempel. Besiege die Monster, die im Tempel Josie aufgetaucht sind. Die Gegner haben es in sich. Besiege die Monster. Ja, ist auch nur ein Stern. Besiege das Albed Lexikon Band 6 erhalten. So, an diesem Mal würde ich am liebsten kein Geld verlangen. Ja, weil du selber ein Albed bist, ich weiß. Ich gucke mal eben, nur zur Sicherheit hat der Typ noch sein Vorstellungsgespräch. Ja, gut. Wenigstens, das läuft noch weiter. Das ist wichtig. Bevor ich aber reingehe, speichere ich nochmal eben. Und dann macht mal Pause, ich kümmere mich schon. Kann ich vielleicht hier nebenbei noch eine Gehaltserhöhung verlangen? So, Betriebsinselbekanntgabe. Die Jahresabrechnung ist beendet. Die bisherige Ausklarungserfolge wurden annulliert und die Gehälter angepasst. Weil die Jahresabrechnung, wie oft sind das Jahr vorbei? Es besteht die Möglichkeit, dass dadurch die Gehälter gesunken sind. Doch die bisherige Erwachsenerleistung kann zu einer weiteren Gehaltserhöhung führen. Das ist mein nächstes Gehaltserhöhung. Ich möchte einen Test machen. Sie nehmen nun an den Test für die Gehaltserhöhung teil. Beantworten Sie die folgenden sechs Fragen. Sie können Ihre Antwort nicht korrigieren. Bitte machen Sie einen Fehler. Ich will mein ganzes Leben lang Spaß haben. Äh, ich weiß nicht. Einen konkreten Verwendungszweck habe ich nicht, aber Geld zu haben ist nicht verkehrt. Jo. Angefangene Dinge führe ich gewiss nach zu Ende. Ja. Inspirierung ohne Ausgrabung unvorstellbar. Ja. Stehende Uphobile zur Verfügung benutze ich sie. Ah, ich weiß nicht. Der Weg des Lebens ist voller Geröll. Nein. Sie erhalten eine Gehaltserhöhung. Juhu. Wie folgt. 335 Gil. Wir können damit ja doch irgendwann nochmal reich werden. Eigentlich ist es nur so just for fun. So, ich gucke nochmal in den Privatgemäßern von Gippel. Die Bediensteten sind noch da. Warten ja da die Apparate da oben draufstehen. Ich gehe nochmal in den Forschungsbereich hin, ne? Ich werde den Posten halten, egal was es kostet. Bitte schaut nach meinen Leuten weiter drin. Oh, wie sieht der Forschungsbereich aus? Ah, tot. Ja, gut. Wir können jetzt hier... Oh, da ist eine Kiste, sehe ich gerade. Ja, das sind mit Maschinen verschmolzene Monster. Die haben wir noch nie gesehen. Steinraspel. Es wäre schon kies, wenn alle davon betroffen wären. So. So. Sollte mit dem Monster wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein. Nur mal der Vollständigkeit halber und zum Schutz würde ich sogar sagen. Feenohrring raus. Und dafür vielleicht mal... Sicherung rein. Stein und Tod verhindern. Schnell. Schnell. Schau mal für die Kiste. Krabbums. Itemkraftquelle. Na gut. Da unten stehen noch ein paar Monster drin. Was hast denn du hier mit deinem Messerchen? Solche Waffen können wir nichts ausrichten. Ich fahr mal hoch. Und da sehe ich noch eine Kiste. Oh, das sind mal sogar drei. Wie heißen die hier? Äh, Pairilas. Süß. Einmal beten und dann habe ich den Charm wieder drin. Alles kleine Fische. Accessoire Armband. Ich glaube, das war auch ein Bronze-Item, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Angriff plus Seen. Wow. Ein paar Spukgeister. Sind auch nicht wirklich stark. Bringt glaube ich auch. Naja, nicht wirklich viele Punkte. Was hat er hier? Das darf doch nicht wahr sein. Tja, kann es mal sagen. Die Entladung sollte aufhören, wenn man einen der hinteren Altäre anschiebt. Aber ich weiß nicht welchen. Achso, ja gut. Dann, äh, hier den da. Okay, was passiert, wenn ich die anderen anschiebe? Ah, ein Monster. Ja, die nehmen wir doch auf jeden Fall nochmal mit, würde ich sagen, oder? Das wäre doch sonst zu einfach. Komm, du könntest ihn jetzt einfach abschießen, aber nein. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Belohnung. Zumindest steigen wir Level auf. Aha, mit einem Grabmal. Okay, das ist jetzt auch viel mit dem Kompus. Okay, das ist jetzt auch viel mit dem Kompus. Hä? Luna ist tot? Wie ist das denn jetzt passiert? Na gut, müssen wir wenigstens nicht mehr von dem Gift heilen. Ich glaube, wir haben mit Luna vorhin gekrittet. Okay, gut. Wenn der Etta auch die Fähigkeit hat, zu konfusieren, dann gehe ich doch lieber wieder auf den Fien-O-Ring. Und noch zwei Spukgeister. Naja, sei es drum. Ich gehe mal gucken, ne? Wahrscheinlich ist jetzt Ixion da. Oh nein, Beric! Wäre ich ein Wunder. Ein Aeon? Verwundert? Ist das nicht, was sie gesagt haben? Wie kann das sein? Das kann nicht passieren. Oh ja! Das ist aber noch nichts Dramatisches. Kriegen wir alles hin. Kein immer, Freunde. Aero-Punken. Wow. Okay, der macht ein bisschen Damage. Das heißt, dass wir dann hier mal etwas beat ran. Das ist jetzt nicht so toll. Das ist jetzt nicht so toll. Energiestau? Na gut, er heilt sich nur um 200. Das ist jetzt nicht so viel. Das ist halt ein Angriff. Jölnir! Stimmt, wenn man so überlegt. Der gute Ifrit hat gar kein Inferno eingesetzt. Das ist vielleicht, weil wir ihn zu schnell platt gemacht haben. Ich weiß es nicht. Kein Problem. Einmal alle heilen, bitte. Daneben. Jetzt hätten wir so ganz auf der Höhe. Was? Hallo, Riku. Vor allem, diese Maschine geht einfach immer auf Riku. Ist aber nicht so nett. So, habe ich die Blitzsandalen erlernt. Oh, wir haben noch gar nichts Neues ausgelöst. Fällt mir gerade ein. Sollten wir auf jeden Fall gleich mal gucken. Na gut, wir müssen eh alles lernen. Insofern ganz so schlimm ist es nicht. Aber, naja. Bin ich so ein bisschen drüber weggekommen. Mission abgeschlossen. Erstmal 2600 Pünktchen. Tamasenseele hatten wir schon mal. Das war jetzt nicht so herausragend. Kostümpalette, rastlose Abwehr. Ja. Wir hätten schon mal irgendwas mit rastlos gehabt. Und welch ein Wunder. Ein Loch. Oh. Ein Loch. Ein Loch. Ein Loch. Ich wundere, was da drin ist. Geht heraus. Uh-uh. Keine Ahnung. Das Loch, das wir gefunden haben, war so tief. Es war so, als ob alle die Geheimnisse in der Welt könnten sich in den Garten entdecken. Aber etwas hat mir gesagt, dass ich nicht mehr weg. Die Geheimnisse sind nicht für mich zu wissen. Ähm. Geht zurück! Huh? Was? Natürlich. Und Yuna fällt ins Loch. Tja. Wo ist sie hin? Wir fallen immer tiefer. Äh. 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 Ich kann dich nicht sehen. Wo bist du denn? Genau hier. Wow. Das. I'll be soon. Ich kann dich nicht sehen. Wo bist du denn? Genau hier. Wow. Das. I'll be soon. Ich kann dich nicht öffnen. Oh. Hm? Ja. Ich kann dich dir nicht machen. Ich kann dich nicht machen. Ich kann dich nicht machen. Was ist passiert? Ist er es? Ich habe dich endlich endlich gefunden. Ist das wirklich dich? Es ist mir, Shuyen. Ich habe so lange warten. Len? Aber ich bin nicht Len. Len? Wir haben uns zusammengekehrt, aber wenn ich aufgewacht habe, bin ich allein. Ich habe dich für so lange nach. Während ich wanderte, habe ich etwas gesehen. Spira hat überhaupt nicht wirklich verändert. Bis ist es entstanden. Alle sind noch garter, schützen zu nichts. Sie sind noch so gut, wie sie hatte. Aber 1000 Jahre passen. Und sie können nicht die Hattung hinterlassen. Ich bin durchwarten. Ich werde es fixieren. Diese Welt wird uns verletzt. Und was ist schlimmer, ich verletzte dich. Vegnagon wird das alles weggehen. Und wir werden wieder zurückgehen. Together. Ich helfe es. Lenn. Nicht mich touchieren. Ich bin. Ich bin. Wer sind die Gefühle? Wer sind sie? Lenn? Ich bin? Sehr mysteriöse Dinge, die hier geschehen, liebe Freunde. Verlager? Verlager? Luch! Kippel! Verlager? Verlager? Was geht denn hier vor? Ist er besessen von ihm? Von diesem Shu-Yin? Die End ist nicht weit. Ähm, okay. Äh, okay, das, ja, das gebe ich ja auch, ja. Okay. Was? Was passiert denn hier? Wichtiges Item Pupus Pferoid 2 erhalten. Okay. Wichtiges Item Pupus Pferoid 3 erhalten. O-okay. Ich bin einfach... ...angry. Oh, okay. Wir sind jetzt hier offensichtlich irgendwo im Nirgendwo. I'm all alone. Where are you? Ich sag zu dem Pfiff gleich etwas. Oh, hä? Pickett? Was mache ich hier? Warum bin ich jetzt nicht hier? Wie haben sie mich gefunden? Yuna, reporting in. Yuna! Kapitel 3 abgeschlossen. Wow. Mövenpark erhält Monstergeschichtenbonus. Also kurz gesagt zu dem Pfiff von gerade. Es gibt in diesem Spiel verschiedene Punkte wo man aktiv handeln kann. Ich habe jetzt gerade, nachdem sie gesagt hat, ich bin hier ganz alleine, aktiv eine Taste gedrückt, die den Pfiff ausgelöst hat. Ich hätte auch einfach nichts tun können, dann wäre die Vorschau einfach weitergegangen auf eine andere Art und Weise. Doch diese Pfiffe sind zwingend erforderlich, um später ein anderes Ende zu erreichen. Mehr dazu möchte ich aber noch nicht sagen. Nur, dass es halt da bestimmte Punkte gibt und das war der erste Punkt, wo wir diese Aktion ausführen mussten. So, Kapitel 4. Und immer noch dran denken, Abilities. So, da wären wir wieder. Es ist zwar in ein tiefes Loch gestürzt, aber uns geht es gut. Seitdem sind drei Jahre vergangen. Sie sind noch in der Beta. Also, was ist passiert? Nun... Lynn, hm? Ja, die Frau aus der Songstress-Dressphäre. Das ist Lynn? Natürlich, sie hat diese Dress 1.000 Jahre vorgebracht. Warum hast du uns nicht gesagt? Keine Ahnung. Außerdem, alles, was ich wusste, war ihr Name. Was zu sagen? Was Shinra gesagt hat mich, aber nur ein wenig. Also, es gab wirklich eine Verbindung. Okay, okay. Also, der Grund, warum Shuyin immer kalliert Yuna Len, ist... Weil dieser Dress-Sphäre? Ich kann wirklich nicht sagen. Entschuldigung, Len! Shuyin ist derjenige, die Vaporizei Spira. Ja, aber was können wir tun? Nuge und Gippel sind bereits etwas zu planen. Lass sie jetzt mit ihnen zu planen. Was ist denn mit Payne jetzt los? Okay. Ähm... So, wir können wieder die Kontrolle übernehmen. Hatte sie gerade ein grünes und ein blaues Auge? Jawoll! Ähm, Yuna hatte schon immer ein grünes und ein blaues Auge. Das war auch schon im ersten Teil von Final Fantasy Zone. Was hat denn der Pickett da eigentlich? Probleme. Heißt das, äh, es war Shuyin, der auf dem Kilika-Sphärophon war? Sphäroid, nicht Sphärophon. Äh, jawoll! Wir haben Shuyin gesehen. Jede Menge Fragen, die beantwortet werden müssen. Werfen wir uns Shuyin vor? Ja, klar. Die gefährlichen Kämpfe überlassen wir Gippel. Die Sphärophonübertragung wird gerade vorbereitet. Die Sphärophon werden sauber. Ich muss nur etwas fein justieren. Ah, okay. Wir müssen mit Payne höchstwahrscheinlich reden. Deswegen gehe ich nochmal zum Kumpelchen. Möbenpark fertig zum Ausrücken. Payne ist auf dem Außendeck. Was macht sie, was sie wohl dort macht? Dieses Piepen geht mir gerade ziemlich auf die Nerven. Ähm, so. Einmal Abilities, bevor ich es vergesse. Bei Yuna. Wir haben die Eis-Sandalen. Wir haben die Ritz-Sandalen. Wir sind jetzt bei den Wassersandalen. Im Prinzip kann das so bleiben. Dann haben wir alle vier von den Elementen. Die gute Riku ist ja immer noch bei ihrem 5-Millionen-Äther-Ding. Da hat mir jetzt 221 Punkte insgesamt gesammelt. Ich meine, schon mehr als die Hälfte. Ich hoffe nicht, dass wir danach einen Mega-Äther oder sowas bekommen, der dann 1000 Punkte oder sowas kostet. Das wäre ein bisschen sehr hartkorig. Ähm, ja. Und die gute Payne ist jetzt bei 32%. Hat Witka gelernt und ist jetzt bei Regener. Ähm. Ja, gut. Wir können Regener aber behalten. Obwohl, ne. Hier. Weiß-Magie Level 2 ist 40% schnell einsetzbar. Ähm. Warum habe ich denn das noch nicht gemacht? Gab es das vorher noch nicht. Moment. Dann hatten wir noch eine Kostümpalette bekommen. Rastloser Angriff. Den hatten wir schon. Wir hatten rastloser Abwehr bekommen. Aber... Ja, gut. Weiß Lars, dass wir das gleiche nur mit Abwehrkraft ist. Dann einmal speichern und äh... Juni! Juni! Ja? Ja? Du kennst Shuyen, oder? War er alles wie du, wie du? Hm. Nicht wirklich. Nur seine Gesicht. Ehe. Okay, ich kann mit ihr nicht reden. Sie geht jetzt wieder zurück. Sie ist schon mal enttäuscht. Natürlich schauen wir uns auch nochmal die anderen Räumlichkeiten an. Wie Maschinenraum und ähm... Die Quartiere. Weil wir sind in einem neuen Kapitel. Das heißt, alle Kisten sind wieder neu. Juhu!